Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Andi Meier, Berufsmusiker aus Estenfeld bei Würzburg und die Fürstlich-Kastellische Bank ist im Rahmen einer Aktion zur Unterstützung von Künstlern auf mich zugekommen, mit der Bitte, mich und meine Arbeit kurz vorzustellen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung vorab. Ich spiele seit 1991 hauptberuflich in verschiedenen Bands mit immer so um die 100 Auftritte im Jahr, zum Beispiel bei Bands wie Cracker, Bondsballs, Muscle, Leipmar Feier oder der Erlanger Kirchweiband Overdrive. Seit dem 15.03.2020 sind quasi alle Auftritte abgesagt und es wird wohl noch bis Mitte 2021 dauern, bis wir wieder weiterarbeiten können. Solange gilt es sich trotzdem irgendwie am Instrument fit zu halten und dann wieder erfolgreich durchstarten zu können. Des Weiteren bin ich auch als Gitarren- und Basslehrer tätig. Da in den Jahren 2018, 2019 die Auftritte immer mehr wurden, hatte ich den Unterricht weitestgehend zurückgefahren. Was mich nun doppelt trifft, da durch Corona fast keine neuen Anfragen von Schülern kommen, einige aufgehört haben und der Unterricht auch momentan nur sporadisch stattfinden kann. Seit meiner frühesten Jugend bin ich als Komponist tätig und arbeite auch als Musikproduzent musikalische Ideen allein oder mit befreundeten Musikern aus. Auch Auftragsproduktionen wie zum Beispiel die Würzburger Kickers Fanhymne nehme ich immer wieder gerne an. Auf meiner Seite www.song4u.de www.song-4u.de findet ihr alle Musikprojekte sowie die wichtigsten Musikproduktionen mit Playlists verlinkt. Ich bedanke mich nochmal bei der Fürstlich-Kastellischen Bank, bei dem Dachverband Freier Würzburger Kulturträger, insbesondere bei Ralf Duggen für die Unterstützung und wünsche euch allen ein tolles, erfolgreiches und gesundes 2021. Euer Andi Mayer. Tschüss! Musik